Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu unserer neuen Folge DITZ und DAS, dem Podcast zu politischen und gesellschaftlichen Themen aus dem DITZ-Verlag. Ich bin Ricarda von Klitzing und heute haben wir gleich drei AutorInnen zu Gast bei unserem Gespräch am Freitag. Franziska Richter ist Herausgeberin des Buchs Sie spricht mit den beiden Schriftstellerinnen Olga Grasnova und Tanja Dückers über ihre Beiträge in diesem Essay-Band, in dem Kunstwerke den Ausgangspunkt für unterschiedliche Perspektiven auf die deutsche Einhalt bilden. Es geht um das Leben und Zusammenleben in Ost- und Westdeutschland, um Traumländer und Traumata und um Berlin als Ort des Lebens und der Kunst. Viel Spaß beim Zuhören! Liebe ZuhörerInnen und Zuhörer, ganz, ganz herzlich willkommen zu unserem Gespräch über das Buch Traumland, Traumaland, wer wir sind und sein könnten, Identität und Zusammenhalt in Ost und West, erschienen beim DITZ-Verlag Bonn, herausgegeben für die Friedrich-Ebert-Stiftung von mir als Herausgeberin. Mein Name ist Franziska Richter, ich bin Referentin für Kulturenpolitik und Politik in Ostdeutschland bei der Friedrich-Ebert-Stiftung und ich habe mit diesem Buch versucht, meine beiden Arbeitsbereiche, die mir sehr am Herzen liegen, zusammenzuführen, zusammenzubringen. Und ich bin auch nicht alleine heute bei diesem Gespräch. Es sind zwei Schriftstellerinnen hier bei mir, die bei dem Buch mitgeschrieben haben. Ganz herzlich willkommen an Tanja Dückers und Olga Krasnova. Vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich kann euch tatsächlich sofort direkt vorstellen. Ich denke, viele von euch kennen euch auch schon. Aber es ist mir eine große Freude, dass ihr mit hier seid bei den vielfältigen Projekten, die ihr habt und schreibt. Tanja Dückers ist Schriftstellerin, Publizistin, 68, in Westberlin geboren. Zuletzt erschien ihr Roman Mein altes Westberlin. Sie schreibt viele Romane. Zum Beispiel ich, Tanja, habe mit dem Roman Der längste Tag des Jahres dich kennengelernt und sehr, sehr schätzen gelernt. Du schreibst auch viel für die Zeit online, für den Tagesspiegel. Also man kann dich gerade sehr viel lesen und vor allen Dingen, was ich dazu sagen möchte, ist, du machst auch Schokolade. Davon wird heute vielleicht die Rede sein. Berlin ist dir als Ort auch sehr wichtig. Du hast Stadtteilgeschichte in Schokolade geschrieben. Davon werden wir vielleicht heute auch hören. Schön, dass du da bist, Tanja. Danke. Olga Krasnova. Herzlich willkommen, dass du da bist. Schriftstellerin ist sie. 1984 in Baku geboren, in Hessen groß geworden. Tanja Dückers ist 68 in Westberlin geboren, ich 1974. Wir kommen auch gleich dazu, warum das so wichtig ist, auch sozusagen die Jahrgänge. Ja, dein Roman-Debüt hattest du 2012. Der Russe ist einer, der Birken liebt. Darauf folgten Romane wie Gott ist nicht schüchtern und auch die Macht der Mehrsprachigkeit. Und ich freue mich sehr, dass ihr beide hier seid und eben auch an diesem Buch mitgeschrieben habt. Ich möchte kurz das Buch einmal vorstellen. Was ist das Besondere an diesem Buch? Wir haben 51 AutorInnen gewinnen können, ganz verschiedener Generationen. Hier haben wir jetzt die verschiedenen Alter. Wir haben verschiedene Identitäten, Herkünfte aus verschiedenen Ländern. Und ich habe sie zu der Frage zusammengebracht, wie wollen wir miteinander in Ost und West leben? Es sind praktisch in vier Kapiteln gibt es vier Fragen, wo sich die SchriftstellerInnen eine Frage haben aussuchen können. Und zwar wir fragen, wo kommen wir her? Wo sind wir gestartet? Also wir schauen hier die Zeit der Teilung an, BRD, DDR. Wir fragen in Kapitel 2, wo stehen wir gerade? Was sind die Herausforderungen? In Kapitel 3, wie wollen wir miteinander leben? Was ist für Demokratie und Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit zu tun? Und Kapitel 4, vor allen Dingen, was nehmen wir mit? Was müssten wir noch mehr erzählen? Und das Besondere an dem Buch ist, dass es anhand von Kunstwerken die Essays starten, die Reise in die Kunstwerke geht. Und ich danke euch, dass ihr auch sozusagen euch auf die Reise gemacht habt. Und wir wollen einfach mal in der ersten Runde tatsächlich uns die Kunstwerke einmal näher anschauen, die ihr ausgesucht habt und warum. Und ich möchte zuvor auch von dem Kunstwerk sprechen, was ich ausgesucht habe und was praktisch der Titel dieses Buches geworden ist, Traumland. Es ist nämlich eine Fotografie der ostdeutschen Grand Dame, der Fotografie, die letzten Herbst gestorben ist, Evelyn Richter. Es ist ein Bild von 1972, aufgenommen an der Spree. Ein Schiff mit dem Titel Traumland fließt von Ost nach West-Berlin. Und es galt damals als eine Ikone der Fotografie, weil es nämlich eine subversive Botschaft gebracht hat. Also auch hier schon eine Bedeutung der Kunst, etwas zu erzählen, was man öffentlich nicht erzählen durfte, nämlich das Sehnen vieler Ostbürger nach West-Berlin, nach den Westen, nach den blühenden Landschaften. Und warum habe ich es genommen? Weil es sozusagen 1990, und das erzählt auch das Buch, kam es zu vielen Enttäuschungen. Man hatte den Wiedervereinigungsprozess sich auch anders vorgestellt. Viele Menschen, die blühenden Landschaften, sind nicht eingetroffen. Und davon erzählt auch das Buch. Aber es erzählt eben auch von den Träumen von Traumländern der jüngeren Generation, der Heranwachsenden, die die Teilung gar nicht mehr erlebt haben und mit dem Traumland eben ganz andere Dinge verbinden. Und es erzählt auch von Traumata, die wir haben im Wiedervereinigungsprozess und gegenwärtig. Und jetzt würde ich gerne euch fragen, was habt ihr für Kunstwerke ausgesucht? Ja, und warum? Was sind sozusagen eure Kunstwerke, wo ihr gesagt habt, damit wollte ich beginnen? Das ist ehrlich gesagt etwas, was mir wahnsinnig schwer gefallen ist, tatsächlich ein Kunstwerk auszuwählen, was ja nur eins ist. Und das bekommt dann sehr schnell eine sehr symbolische Wirkung. Und ich hatte damit deutlich mehr Probleme als du, Franziska. Und dann habe ich mich, ehrlich gesagt, einfach von der Leitidee meines Essays leiten lassen. Da geht es tatsächlich um dieses Aufwachsen und Zuhause sein. Und da habe ich mich für Chagall entschieden, weil er, glaube ich, auch ziemlich viel, auch mit dieser Idee des Zuhauses, was ja gar nicht mehr existiert, gearbeitet hat. Und das Bild von Chagall, was ich genommen habe, auch da geht es um dieses Zuhause im Vitebskin, in Schädel, wo er selber nicht mehr wohnt. Aber nachdem er sich nicht unbedingt zurücksehnt, aber an das er sich erinnert, und was natürlich so auch nicht existiert hat, und das ist auch ein Zuhause, was auch nicht unbedingt schön war. Aber natürlich nochmal eine Erinnerung erklärt, verklärt, sich danach gesehnt wird. Und natürlich auch trotzdem die Traumatastis auch dort mehr zu Genüge gab, wo es natürlich auch die Benachteiligung der jüdischen Bevölkerung gab, wo es sehr viel Hunger gab, wo es die zahlreichen Pogrome gab, wo tatsächlich dieses Traumata in dem Traumland auch mit erzählt werden oder vielleicht mit verhandelt werden. Oder zumindest wissen wir heute aus der heutigen kunstgeschichtlichen Perspektive ganz deutlich, dass es mir auch alles in das Bild mit einfließt. Tanja, welche Künstlerin oder welchen Künstler hast du dir ausgesucht für dein Essie? Ich habe mir die Fotografin Sarah Eick ausgesucht. Sarah Eick stammt nicht aus Berlin, kommt aus Amstetten, lebt aber schon sehr lange hier. Und ich finde, dass sie einen sehr spannenden Blick auf Berlin hat. Sie macht Fotos, die immer unbevölkert sind. Also man sieht sozusagen ganz nackt meistens Bauwerke oder einen Platz. Also es hat oft mit Architektur zu tun. Und ich finde diesen sozusagen nackten, kühlen Blick auf die Stadt ganz interessant, weil man sich dann auch nicht so ablenken lässt. Und trotzdem gelingt es ihr, Orten, die jetzt nicht unbedingt schön sind, die nicht pittoresk sind, finde ich, eine Art von besonderer Würde zu verleihen. Fast etwas Erhabenes. Also sie hat zum Beispiel auch Imbissbuden fotografiert. Und hier ist es ein Ort, den ich für West-Berlin als irgendwie sinnbildlich und recht typisch empfunden habe oder den man einfach kennt, wenn man aus West-Berlin kommt. Und da geht es mir ähnlich wie Olga. Ich habe mich auch ein bisschen von meinem Essay leiten lassen, von dem Thema Aufwachsen in West-Berlin. Und mein Ort ist die sogenannte Rosa Röhre. Das ist beim Zoo, in der Nähe vom Bahnhof Zoo und eben dem Zoo. Und das ist ein sehr seltsames Gebäude mit einer riesigen rosanen Röhre. Das gehört zur TU, zur Technischen Universität und wurde von der TU benutzt für Versuche, für Experimente des Studiengangs Schiffbau. Und da wird Wasser umgeleitet. Also das ist ein Umlaufkanal, ein Strömungsumlaufkanal. Und das ist eben ein sehr auffälliges Gebäude, ganz blau und dann diese wirklich riesige rosane Röhre. Und als Kind habe ich immer überhaupt nicht verstanden, was das sein soll. Ehrlich gesagt verstehe ich es auch jetzt noch nicht so ganz. Also ich kann das nur so wiedergeben. Aber was da genau drinnen stattfindet, ist mir natürlich völlig verschlossen. Aber als Kind war das für mich irgendwie so ein bisschen, ja fast hatte das etwas extraterrestrisches. Das war so wie von ganz weit her und hat mich auch so ein bisschen an das in der ähnlichen Zeit, auch Mitte der 70er Jahre, entstandenen ICC erinnert. Das Kongressgebäude, was jetzt seit langem leer steht. Und das waren so interessante architektonische Vorhaben in Berlin, die irgendwie einem das Gefühl gaben, ja vielleicht, da ist eine poetische Note drin, so ein bisschen wie West-Berlin so war, auch ein bisschen kaputt und ein bisschen seltsam, ein bisschen rätselhaft, aber irgendwie auch ganz, ganz bezaubernd. Also so hatte dieses eigentümliche Gebäude, was ich als Kind immer, wenn ich mit meinem Bruder und Freundin im Zoo war, dann habe ich mich gar nicht so sehr für die Tiere interessiert, sondern ich habe mal zu dieser rosa Röhre geguckt und mich da ein bisschen irgendwie von bezaubern lassen. Deshalb habe ich dieses Foto von Sarah Eick ausgewählt. Ja, ich finde das wirklich ein sehr schönes Foto, weil es auch tatsächlich unter anderem auch eine Verbindung schafft zu einem weiteren Maler, den wir in dem Buch haben und zwar Edward Hopper. Du hast es ja beschrieben, also auch diese Einsamkeit, dieses Alleinsein oder dieses Zeitlose. Ich habe das Gefühl, sie macht dazu die Fotografien. Also es ist schön und bevor wir auf eure Texte nochmal zu sprechen kommen, wollte ich nochmal sozusagen Einblick geben, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, welche Palette wir an weiteren Kunstwerken noch in diesem Buch haben und wie sie auch mit unserem Thema Zusammenhalt Ost-West zusammenstehen. Wir haben ja gerade den schon einige Maler genannt. Wir haben tatsächlich sehr viele Fotografen dabei, sozusagen auch aus der DDR, aber auch junge Fotografin der dritten Generation Ostdeutschland zum Beispiel. Das sind die, die nach der Wende groß geworden sind. Sie sich tatsächlich, wie zum Beispiel Ina Schöneburg von Steffen Mau ausgesucht, mit Erfahrungsraum Ostdeutschland befassen. Ina Schöneburg hat ihre Familie als Sujet genommen und fotografiert ihre Familie. Und da gibt es ein Bild auf einer Heide in Thüringen steht ein Schlauchboot und darauf steht ein Kind, ihre Tochter visionär in die Zukunft schauen, dann ihre Großmutter mit Hund sitzt hinten und das finde ich auch sozusagen eine Imagination des Kommenden und auch der Gestaltungskraft, die es die Menschen in Ostdeutschland haben, finde ich das sehr schön. Es gibt zum Beispiel auch DDR-Kunst, die ich sehr wichtig finde, die hier sichtbar gemacht wird, die auch schon teilweise vergessen wurde. Daniela Kolbe hat sich Harald Hagenbeck ausgesucht, ein Bild, was in den Depots verschwunden ist, wo aber wir in der DDR mit groß geworden sind und zwar der Peter im Tierpark, sozusagen ein Maler, der vergessen wurde und der dadurch auch jetzt durch das Buch auch wieder eine neue Öffentlichkeit bekommt und das wollen wir auch erreichen, also dass man über Dinge redet, die lange vergessen schien und die in unsere Gegenwart hineinragen. Oder bloß nochmal exemplarisch Wolfgang Mattheuer, der Jahrhundertschritt wurde von dem Historiker Sascha Ilker-Kowalczuk ausgesucht, der sich in unglaublicher Weise mit der Zerrissenheit des 21. Jahrhunderts befasst, mit der Vergangenheit, die wir haben und auch unsere Zukunft. Und gerade wenn man schaut auf die Themen, die wir ja auch mit dem Buch befassen wollen, Kampf gegen Rechtsextremismus, Populismus, Fragen auch jetzt des Krieges, die aufgeworfen werden. Und wenn man den Jahrhundertschritt sieht, der sozusagen öffentlich auch vor dem Leipziger Museum für zeitgenössische Kunst steht, ist das sozusagen nochmal ein Appell, auch nochmal die Vergangenheit nie ruhen zu lassen und sich damit zu befassen. Nun wollte ich gerade dran noch die letzte Zeit nutzen, tatsächlich über eure Essays zu sprechen. Und zwar seid ihr auch da verbunden, weil ihr beiden habt praktisch die Orte, ihr habt es ja schon genannt, die Suche nach Orten als Thema. Tanja, du hast ja schon gesagt, du hast dein Essay in Kapitel 4 ist gesetzt worden und zwar da fragen wir ja, was nehmen wir mit, was müssen wir noch an Erinnerungen mitnehmen, was haben wir noch nicht genügend erzählt. Dein Essay heißt Not Germany, Berlin, Berlin, Erinnerungsblitter einer Insulanerin. und Olga, du hast in Kapitel 2, wo wir ja auch die Frage stellen, was sind unsere Herausforderungen, das Essay geschrieben mit dem Namen Ich und das Dorf über die Suche nach einem Ort, an dem man leben möchte. Und vielleicht, Tanja, beginne ich mit dir. Du hast dich ja ganz bewusst deine Kindheitsorte ausgesucht. Kannst du sagen, was dir da so wichtig ist daran und tatsächlich auch vielleicht noch mit deiner Arbeit jetzt als die Schokoladenmanufaktur, du bringst Orte der Berlins praktisch so in so eine Gegenwärtigkeit. Ja, vielleicht erst mal zu deiner ersten Frage. Ich glaube, mir war wichtig, darüber zu schreiben, dass man sich, wenn man in West-Berlin aufgewachsen ist, nicht unbedingt als Westdeutsch empfunden hat, sondern dass man so das Gefühl hat, es gab irgendwie drei Staaten, Ost-Berlin und Ostdeutsch, Ostdeutschland, dieses inselhafte West-Berlin und dann Westdeutschland. Man muss sich vorstellen, also als ich ein Kind war, wir mussten immer zwei Grenzen passieren, um die Verwandten in Westdeutschland zu besuchen. Wir mussten unseren Pass zeigen, durch Soldaten laufen und so weiter. Also es war ja schon, man hatte nicht das Gefühl, dass das so ein Land sei, wobei ich mit der Weile auch glaube, dass viele Unterschiede, die ich wahrgenommen hatte, auch mit dem Gefälle zwischen Großstadt und Provinz natürlich zu tun hatten. Also jetzt als Erwachsene sehe ich auch, dass ich verschiedene Dinge auch vermischt habe. Denn Berlin ist nun mal die einzige Großstadt Deutschlands und da war man dann manchmal auch überrascht in Westdeutschland, wie man dort einfach gelebt hat und wie sehr sich das vom Leben in Berlin unterschied. Ich bin in einem Haus aufgewachsen mit Einschusslöchern und die Spuren des Krieges waren einfach in Westberlin noch viel stärker spürbar. Und Westberlin war auch damals natürlich deutlich ärmer als der Rest des Landes und das hat einen auch geprägt. Also ich bin selbstverständlich mit Kohleofen und so aufgewachsen, zumindest eine Weile lang. Also dieses Gefühl, doch ein anderes Land zu sein und gleichzeitig sich in einer eigentümlichen Nahdistanz zum Osten zu befinden, das habe ich versucht, etwas zu beschreiben. Wir haben von der Schule aus oft Wandertage nach Ostberlin gemacht. Meine Eltern, Kunsthistoriker, haben auch oft Kunsthistoriker in der DDR besucht, also nicht nur in Ostberlin, sondern auch in Dresden und anderen Städten und da gab es relativ viel Kontakt und ich fand es immer gerade bei den Ostberlinern und Ostberlinerinnen so faszinierend, dass sie so ähnlich sprechen wie wir, aber in einem anderen politischen System leben. Wenn wir nach Bayern fahren oder Baden-Württemberg, dann kann ich die Leute quasi nicht verstehen, aber wir gehören zum gleichen Land. Also für mich als Kind hat das sehr viele verschiedene Schichten sozusagen zutage gefördert und viele Irritationen und es ist immer noch manchmal für mich ein bisschen seltsam jetzt, dass ich aus Sicht von Ostdeutschen natürlich einfach ein Wessi bin, so wie die seltsame Leverkusener Tante, die nach Berlin kam, nach Westberlin und uns erzählte, in welcher Gefahr wir leben würden und dass der Russe, das war ja immer diese Singularform, ganz bestimmt Westberlin bald abriegeln und besetzen würde. Nun gut, also unter neuen politischen Vorzeichen sieht man manche Furcht jetzt vielleicht auch ein bisschen anders, aber zumindest sind wir erst nach der Wende wirklich Wessis geworden. Und das finde ich wirklich so das Erstaunliche und Wichtige an deinem Essay, dass du dieses Thema so auf die Agenda setzt, eben obwohl wir dieselbe Sprache hatten, ist da eine Fremdheit zu spüren, damals, Zeit der Trennung, aber eben auch heute noch. Also dass du sagst, du fühlst dich auch manchmal noch als Wessi und das ist eigentlich unglaublich schade, dass man 30 Jahre nach der deutsch-deutschen Wiedervereinigung noch in diesen Kategorien denkt und das ist aber auch so noch oder wir arbeiten eben gerade dran. Also dieses Buch versucht eben genau diese Sachen zu besprechen und gerade die Sprache. Entschuldigung, es ist ein Missverständnis, ich muss das korrigieren. Ich habe mich eben nie als Wessi gefühlt. Also das ist der Unterschied. Ich habe mich den Ostdeutschen und den OstberlinerInnen eigentlich genauso nah fern gefühlt wie den Westdeutschen. Aber du wirst als solches empfunden, habe ich verstanden. Ja, natürlich. Man wird jetzt, wobei man auch merkt, dass Menschen auch mehr und mehr differenzieren, aber für mich sozusagen erst 1989 wurde ich zum Wessi. Also ich fand das, ich hatte eigentlich das Gefühl, wir sind so ein Zwischenstaat zwischen West und Ost und ich habe auch also mit anderen OstberlinerInnen natürlich auch gemeinsame Gesprächsthemen und Gemeinsamkeiten durch das doch Aufwachsen in der gleichen Stadt trotz der Teilung. Also das ist auf eine bestimmte Art auch einfach durch dieses Großstadterlebnis hatte man mehr Gemeinsamkeiten als vielleicht mit jemand von einem bayerischen Dorf. Bayerisches Dorf, das ist praktisch, das Dorf ist jetzt eine Verbindung zu Olga, nicht das bayerische Dorf, sondern auch das hessische Dorf ist jetzt drastisch also auch mit tatsächlich dem Ort befasst und zwar aber etwas, was uns, was auch so ein verbindendes Thema ist der Generation und zwar die wirklich Befassung mit Orten, an denen wir überhaupt noch leben können, die wir uns überhaupt noch leisten können, Olga. Was ist dein Ort, über den du schreibst in deinem Essay oder deine Orte? Es sind viele. Es ist kompliziert. Wir haben natürlich eine völlig andere Lebensgeschichte, auch eine familiäre Geschichte als die von Tanja bei uns. war das so zum Beispiel der eine Großvater war tatsächlich der Russe, der in Berlin einmarschiert ist mit der Roten Armee und die andere Hälfte wurde von ein sehr, sehr großer Teil der Familie wurde von der Wehrmacht ausgelöscht und für uns war das nie wirklich ein Land, wo wir tatsächlich leben wollten oder uns das auch sehr lange auch nur vorstellen konnten. Es hat sich dann historisch ergeben, dass wir hier gelandet sind. Es war auch im Nachhinein nicht die allerschlechteste Entscheidung, aber das war nie so, dass wir tatsächlich uns mit dem Land überinterpretiert haben und uns vielleicht auch zugehörig gefühlt haben. Ich hadere immer noch damit, ehrlich gesagt. Ich finde es immer noch nicht so leicht, tatsächlich mich irgendwie mit irgendwas zu identifizieren und es auch nur den Gedanken zuzulasten. Und jetzt kommt halt noch eine andere Schwierigkeit dazu, dass ich mir dieses Land mittlerweile nicht mehr leisten kann. Es ist ja auch in Deutschland oft die Frage, wo möchte man eigentlich in welchem Teil möchte man leben, in den Ost, im West, im Norden, im Süden. Für mich war das eine ganze Wahl lang Berlin, die Stadt, in die ich glaube ich vor zehn Jahren oder vielleicht sogar noch vor einer längeren Zeit bekommen bin. Aber mittlerweile ist es so, dass ich ehrlich gesagt Berlin gegenüber nichts mehr empfinde. Aber worüber ich eigentlich in meinem Essay geschrieben habe, ist der Neid. Und zwar wirklich einfach so der Neid auf Wohnungen oder sogar auf diese Häuser auf dem Land. Und auf den Garten, ne? Die Garten der Nachbarn. Auf dem Garten und auf dem Swimmingpool, den wir haben. Und das ist nicht so, dass es mir eine Villa ist oder sonst irgendwas. Das ist etwas, was ich mir tatsächlich vielleicht eventuell auch leisten könnte, aber wo ich einfach immer von dieser davon weggerannt bin, dass ich mir immer, also dass ich so arrogant war, mir einzubilden. Das ist das Leben, das ich nicht führen möchte im hessischen Land. Und jetzt besuche ich trotzdem meine Eltern dort und ich merke, es ist eigentlich vielleicht gar nicht so übel. Und finanziell gesehen ist halt leider mein Lebensplan echt nicht aufgegangen. Und genau darum geht es ja eigentlich. Wir wollen wie leben, was können wir uns überhaupt noch leisten, was ist überhaupt natürlich auch mit der ganzen, mit den letzten Entwicklungen in unserer Gesellschaft, auch mit der Digitalisierung, mit der Arbeit, die halt überhaupt nicht mehr vor Ort stattfindet und überhaupt eigentlich mit dem ganzen Zusammendrücken der Welt, wie wir uns überhaupt als wir leben möchten, wo wir leben möchten und ob wir überhaupt dieses Konzept von der internationalen Großstadt, ob das überhaupt noch zeitgenäß ist oder ob es eigentlich mittlerweile auch nur noch ein Gemähe ist. Ich finde das sehr spannend, was Olga sagt. Also ich muss auch sagen, dass sich dieses West-Berlin für mich natürlich unglaublich verändert hat. Ich neige jetzt nicht so zu Nostalgie als ersten Reflex, weil ich auch manche Veränderungen natürlich als positiv bewerte, aber wenn wir jetzt über Sozialneid und Wohnungen und so weiter sprechen, dann erinnere ich mich an meine erste eigene Wohnung in Neukölln, für die ich 170 Mark gezahlt habe. Es war natürlich mit Außenklo und Ofenheizung, aber als Studentin auch in Ordnung und die war gar nicht mal klein. und dass ich mich in meiner eigenen Heimatstadt mal sorgen müsste, vielleicht mir keine Wohnungen mehr leisten zu können. Ich spreche von Mietwohnungen. Ich auch. Das finde ich schon auch, ich bin jetzt über 50, ich habe immer viel gearbeitet und so, also das finde ich schon auch hart. Und ja, also Ost-BerlinerInnen geht es in noch viel stärkerem Maße so. Also das sehe ich auch sehr kritisch und weil wir bei dem Thema natürlich auch Kunstbildende Kunst sind. Ich erinnere mich an dieses West-Berlin und an die damalige Kunstszene, in der meine Eltern auch Protagonisten, Protagonistinnen waren. Da gab es die Neuen Wilden, da gab es Wolfgang Petrick und solche Leute und ja, das war irgendwie überhaupt nicht in so einen riesigen Kunstmarkt mit abstrusen Auktionssummen eingebunden. Also das hatte vielmehr einen experimentellen Charakter und man kannte sich untereinander und dieser Kunstmarkt, der jetzt nach Berlin gekommen ist, hier Einzug gehalten hat, der ist eben viel internationaler, was auch sein Gutes hat. Dadurch lernt man auch Künstler, Künstlerinnen aus ganz anderen Ländern, Kontinenten kennen. Also ich sehe auch einen Gewinn natürlich da drin, aber andererseits ist das eine Preisspirale, die sich da entwickelt hat und auch eine, ja, eine Form von, also so dieses, sage ich mal, nachbarschaftliche Nahe, dass man so in einer Szene sich auch etwas kannte, das ist natürlich komplett verloren gegangen dabei. Das ist komplett internationalisiert mit den Vor- und Nachteilen. Also das, das beobachte ich auch mit, sage ich mal, einigen Fragezeichen. Weil ich auch ehrlich gesagt selbst das Gefühl habe, dass selbst diese Szene sich Berlin nicht mehr leisten kann. Also selbst viele Künstlerinnen, die eigentlich jetzt sehr gut verkauften, selbst die finden kein Ateliers mehr. Also wir haben jetzt schon gesehen an dem Gespräch anhand von Orten, zwei Essays, die wir zusammengeführt haben, zwei Schriftstellerinnen, dass in diesem Buch so unglaubliche, vielfältige Aspekte des Zusammenlebens stecken, über die man praktisch abendfühlen sprechen kann und auch muss. Ich hoffe, dass das Buch tatsächlich noch mehr Leserinnen und Leser als bisher erreicht. Wir gehen auch auf Lesereise. Olga, du warst schon bei einigen dabei. Tanja, wir planen jetzt auch gerade für den Sommer, wenn praktisch jetzt auch die Fragen Deutsche Einheit, die Festlichkeiten kommen, wollen wir auch mit dir auf Tour gehen. Ich danke euch für dieses Gespräch, was wir führen konnten. Ja, und liebe Zuhörer, das Buch gibt es im Buchhandel. Sie können mich aber auch gerne ansprechen und den Dietz Verlag, wenn Sie interessiert sind an Lesungen mit unseren Schriftstellerinnen, natürlich auch mit Tanja Dückers und Olga Krasnova. Ja, und jetzt kann ich mich verabschieden, habe mich sehr gefreut über das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war ein Gespräch mit Olga Krasnova, Tanja Dückers und Franziska Richter über ost- und westdeutsche Identitäten, unterschiedliche Lebensrealitäten im Zeichen der Wende und Lebensräume damals und heute. Das Buch Traum Traumaland könnt ihr in allen Buchhandlungen und auf unserer Website dietz-verlag.de bestellen. Abonniert gerne unseren Podcast und bleibt immer auf dem Laufenden. Bis bald, euer Dietz Verlag.